hey was geht ab und herzlich willkommen zu einem kleinen video und zwar möchte ich euch informieren dass ein kleiner skype virus im umlauf im umlauf ist und zwar hat er mich erwischt hier hat er mir einer geschrieben hallo sagt mal ehrlich sind dass deine fotos einen link wenn ihr darauf klickt dann wird ein virus runtergeladen und ich meinte so zu denen erstmal was soll da warum schickst mir virus und dieser die kündigst dafür weil wenn man den runterlädter schickt der automatisch ist eine nachricht an all den skype kontakte und ja ich bin gerade dabei hier mein kaspers geht erstmal hier zu beseitigen dann habe ich noch skype neu installiert also richtig ekelhaft auf jeden fall hallo sagt man ehrlich sind dass seine fotos die nachschneiden der link passt auf klickt dann nicht drauf ignoriert das einfach und ja dann würde ich mal sagen nehme ich gerade auf ein herr kommentar doch ein ja i love you 1412 abonnenten maler fucker und ja das war's verbreitet mein scheiß info video dann werde ich fäben und kriegt viele klicks und damit alle bescheid wissen also wie gesagt lasst euer antivirus programm drauf den installiert das skype und so pipapo haut herein